So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider. Okay, wir schauen mal rein, was wir hier verbessern können, nämlich, ja genau, Schlüsselringabzug haben wir jetzt gekriegt für den Bogen. Dann schauen wir uns gleich mal an, würde ich mal sagen. Abzug aus einem Schlüsselring, der noch erhöhten Schussfrequenz ermöglicht. Ist gekauft. So, das war's. Wieder alles ausgeben. Bücherwurm. Okay, danke. Ja, ja, lesen tue ich auch viel. Allerdings nur Bücher. So. Mal schauen, was jetzt hier noch weiter so passiert. Okay, da sind Gegner. Genau, wenn ich abdrücke, weil da duckt er sich. Kannst mich mal, Arschloch. So. Handfeuerwaffe. Rübergehüpft. Und looten. Wo ist er? Einmal. 20. Sehr gut. 18 nur, okay. Der Typ ist runtergefallen da, oder was? Ist aber nicht schön. Ein Typ weniger zum looten. So, machen wir mal hier. Leuchten tut nichts. Okay. Ganz ruhig. Das wollte ich drücken. Und runter hier, bitte, Lara. Sehr brav, sehr brav, sehr brav. So. Nehmen wir uns lieber die Ding... Schrottflinte hier. Ah, ich meine die Handfeuerwaffe. Wieder eine Katzin. Viel Spaß. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu. Ich komme und hole dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, Sam. Hey, sie hat das Feuer gerät. Sam, Sam, lasst sie in Ruhe, ihr verdammte Schweine. Lasst sie sofort in Ruhe. Sehr emotional hier. Ein Freund in Not. Aber wir schauen uns trotzdem hier um, Lara. Ob es hier was zum Looten gibt, oder nicht? Na bitte, da haben wir was. Da haben wir was. Okay, das ist voll. Und sie will, dass wir hier lang gehen. Ja. Gut. Ich will aber trotzdem nicht hier lang gehen. Ich will... Von hier sind wir, glaube ich, kommen, oder? Das war zu... Was ist das? Kann ich da einfach da rüberspringen dann wieder? Also wieder zurück, meine ich halt. Oder bin ich von hier gekommen? Okay, da ist das Lagerfeuer. Okay, anscheinend sind wir von hier gekommen. Warum war das dann zu? Mal schauen, was sich das bringt. Ah, wahrscheinlich mit dem Bogen drauf. Nein. Aber hier können wir drauf, okay. 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 Sehr gut. Teil gefunden. Wieder für den Bogen. Okay. Sehr gut. Keine Ahnung warum. Aber gut. Passt schon. So. Dann hier drauf. Rein damit. Und wir kangen uns einfach wieder zurück hier. Ja, Gott sei Dank bin ich nochmal zurückgegangen. Das waren 30 Stück drinnen, das ist schon sehr viel. Im Gegensatz zu den anderen 10 oder 15. Da hab ich doch recht, oder? So, du wolltest, dass wir hier lang gehen. Okay, dann gehen wir hier lang. Zack, zack. Ja, das ist alles voll. Das ist auch, okay. Okay, hier runter anscheinend. Wir haben noch geschaut, ob Leute da sind. Ja, das war ja so klar, dass wir da durchbrechen. Wir machen Rambo. Wir machen hier. Wir machen hier. Jetzt, wir machen hier. Wir machen hier. Wir haben hier. Wir machen hier. Wir machen hier. Da sind wir hier. Handfeuerwaffe. Oh, da raucht's. Da raucht's. Ah, nachladen, nachladen. Ah, zurück, 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 zurück. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Da. Sehr gut. Kopfschuss, sehr gut. Kopfschuss, sehr gut. Okay, wir looten. Alles, was geht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Looten, looten. Komm, alles mitnehmen hier. Okay, scheint zu passen. Und ich glaube, das war auch richtig, dass wir das da reinkaut haben. Was uns das gebracht hat, weiß ich allerdings nicht. Oder noch nicht. Okay, da rauf können wir eh nicht gehen. Das heißt, wir können nur da nach hinten gehen. Okay, wir müssen auch da nach hinten. Hier rauf. Da gibt's wieder Muni. Da gibt's wieder Muni. Was ist denn das für eine Muni? Dass man da nie... Sicher, dass da da... Also, Maschinengewehr-Muni. Okay, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Nämlich, wir verwenden jetzt so die Schrotflinte. Das heißt, wir verwenden das Maschinengewehr so gut wie gar nicht. Unglaublich. Okay, hier runter. Und hier runter nehme ich einmal an. Moment, ich aktiviere... Ja, ja. Okay. Lass dich fallen, bitte. Okay. Ganz ruhig. Durchs Wasser können wir durch. Ich glaube schon, oder? Ich muss rüber. Ganz ruhig. Komm, komm, komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist nicht sehr gut. Das ist überhaupt nicht sehr gut. Lassen die Schrotflinte gleich gezückt hier. Diesmal bin ich drauf vorbereitet. Oh, Alter, schaut euch... Oh, oh, oh. Den Propeller wollte ich sagen. Schaut euch den Propeller an. Ich habe mir gedacht, der zersäbelt uns. Na, da war noch etwas anderes im Weg. Was ich nicht gesehen habe. So, okay. Ich habe mal einen Cut gesetzt. Ich bin jetzt hier zweimal täglich gescheitert. Nämlich, ich drücke in die gegengesetzte Richtung. Und sie macht es nicht. Ich drücke nach rechts. Jetzt hat es funktioniert. Sehr gut, okay. So. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sehr gut, jetzt haben wir es geschafft. Ich würde mich nicht so viel bewegen. Nicht so viel bewegen, Mädchen. Achso, na, wir müssen durchbrechen, gell? Ja, das ist eh klar. Ah, die Stelle kenne ich. Okay, passt. So, und jetzt müssen wir... Ah, da irgendwie so durch. Es ist urschwer, das zu sehen mit dem Auge. Es ist wirklich schwer. So, ich habe einen Cut gesetzt. Bin jetzt hier zweimal kläglich gescheitert. So, wir durch. Wir durch. Darf ich die Bäume nicht berühren, oder was? Das ist schwer zu koordinieren hier. Ich glaube, jetzt haben wir es. Hören wir mal. Ja, du kriegst eh in die Fresse. Unglaublich, wirklich. Unglaublich, Mädchen. Was du alles durchmachst. Gib nicht auf. Ich bin bei dir. Komm, steh auf. Sehr brav. Sehr brav. Okay. Okay, ich suche nach erster Hilfe, okay? Und ich schätze mal, wir müssen hier rauf. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Okay, ist unglaublich, das Mädchen. Schaut euch das an. Ich habe eh keine Lebensenergie mehr. Wie viel wollt ihr mir noch wegnehmen? Ah, das Bild gehört so, ja? Vielleicht sind Vorräte an Bord. Durchsuchen Sie den Rettungshubschrauber. Okay, hier gibt es einmal Bergungsgut. Okay, da hört man schon die Feinde. Alter, der ist da unten festgebunden, Alter. Unglaublich. Okay, da passiert irgendwas. Ist das unser Samurai-Freund? Okay. Okay. Okay, ich habe nur keine Ahnung. Aber er kommt nicht. Dann ist es mit ihm. Wir haben ihn in die Höhe. Wir sperren. Und wir stehen. Wollen wir fahren mit einer Feierküren? Was ist das? Sehr gut. Was gibt es da hinten? Kann ich da raufklettern? Warum habe ich jetzt Leben verloren? Warum habe ich jetzt Leben? Das verstehe ich nicht. Okay, gut. Vielleicht kann ich da nicht raufklettern. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, wir gehen hier lang. Okay, das ist ein Maschinengewehr. Wahrscheinlich schon wieder. Hier drüber. Hier rauf. Okay. Und gehopft. Wir haben keine Leben mehr. Gut, ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. 23, das ist gut. 5. Ja, genau. 5. Okay, und einen Fähigkeitspunkt haben wir wieder. Sehr nice, sehr nice. Nehmen wir uns mit. Okay, und hier können wir dagegen schießen. Aber was hier passiert, das würde ich vorschlagen, das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was ich hier vollbringe. Mit diesen Worten, tschüss Papa. Euer Herzfehler. Das war's. Musik von